Moin und herzlich Willkommen zu Let's Play Deponia. Mein Name ist Floma und schön dass du wieder eingeschaltet hast. Ja und wir sind ja immer noch auf der Suche nach den Zutaten für den Kaffee den wir brauen sollen und müssen unter anderem auch da rankommen. An den Kasten, dann der medizinischen Einrichtung. Aber wir haben hier schon eine Menge an Zutaten. Die Chilischote, das Schwarze Pulver brauchen wir noch ein aufputschendes Mittel und noch klares Wasser und eine belebende Flüssigkeit um dann das Kaffeepulver und das Wasser zu kriegen. Ja und wir müssen das alles noch zusammensuchen. Was haben wir denn hier alles? Achso, ich wollte ja noch mal gucken, wie bei Wenzel ist mir eingefallen, haben wir ja schon klares Wasser. Aber nicht hier oben, sondern irgendwo anders. Ne, unten war das. Und irgendwie hier. Und irgendwie müssen wir mal das Wasser mitnehmen. Können wir das hier eigentlich mit ins Glas machen? Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Ne, me, 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 me. Blöder Typ, ey. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Naja gut, aber auf jeden Fall müssen wir das irgendwie mitnehmen. Ähm, was haben wir denn noch? Das ist mit dem roten Vorhang. Irgendwie müssen wir diesen roten Vorhang, bin ich mir ziemlich sicher, dass der für den Stier ist. Aber ich kann den nicht direkt davor halten. Hallo. Guckt einfach nicht hin. Können wir das hier machen? Ui. Okay, er muss also hingucken. Gehen wir mal durch. Erinnert mich an letztes Silvester. Der Plan mit den Ballons war gut. Es war nur der falsche Tag. Bin schon gespannt, was ich mir dafür einfallen lasse. Können wir den damit pieksen? Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Nicht verzeigen. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Gibt's da nicht. Sag mal hier. Flöre. Das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Hm, von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Beanstake. Ach, das ist eine Kuh, oder? Reagiert der darauf? Hallo? Aha. Eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen, als ein gut gekühltes Glas plörren? Oh. Okay, daneben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Hallo? Ich habe Tonis Lachen immer noch im Ohr. Ich werde nie wieder versuchen, auf einem verliebten Stier zu reiten. Das ist unter meinem Niveau. Unter deinem Niveau, okay. Äh, warum eigentlich nicht? So, und jetzt hier vielleicht? Toro! Hey, Toro habe ich gesagt. Ach, nee. Ha, was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Siehste, man kann das ja hier rüberstülpen jetzt. Und zack. Oh, macht dich das etwas gut? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kopf bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Und jetzt? Reiten! Na, macht's doch. Na denn? Gleich nochmal rauf. Und? Gleich nochmal. Äh, vielleicht müssen wir uns festbinden oder so. So, hier mit den Handschellen. Da besteht keine Fluchtgefahr. Hm. Schade. Jetzt vielleicht pieksen? Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Dann? Setz mich. Wie oft muss ich mich denn draufsetzen? Jee-ha! Gleich nochmal. Ähm, okay. Das scheint nicht zu funktionieren. Der Clown unter die Narkose-Gase. Hehehe, Clowns. Clowns. Vielleicht kann man, ähm, pff, was machen wir denn hier? Anbohren? Ich verstehe nicht, wofür der gut sein soll. Ich hab doch schon genug. Freigegeben ab 8, sehr bluten. Immer noch unter meinen... Ja, ja. So. Anbohren. Komm. Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. Hm. So schon mal nicht. Okay, aber man muss irgendwie auf jeden Fall was, äh, was anbohren. Äh, aber... Ach, Blut abnehmen wahrscheinlich eine Spritze, aber ich hab keine Spritze. Wieso hab ich denn keine Spritze? Gibt's ja gar nicht. Irgendwo müssen wir doch eine Spritze herkriegen. Oh Gott, was wir alles machen müssen. Die Gasse gehen. Gehen wir mal zu Toni, vielleicht ist da irgendwas. Taschen. Da soll Toni nochmal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Okay. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß! Können wir das Feuer ausmachen? Wie können wir denn das Feuer ausmachen? Feuer mit Feuer bekämpfen. Der brennt doch schon. Hm. Nee, so nicht. Hm, 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 hm. Boah. Boah, was für eine Plörre. Hm. Tja, was machen wir denn jetzt hier? Mal nach hinten gehen. Vielleicht finden wir da noch was. Vielleicht haben wir da noch was übersehen. Das haben wir ja schon gemacht. Das ist aber nix mehr. Gar nix mehr. Ich dachte, wir hätten hier noch was übersehen. Irgendwo müssen wir was übersehen haben. Toilettentür. Hier nochmal die Spinntür aufmachen. Nee, da ist auch nix mehr drin. Oben nochmal gucken. Nee, da dachte ich, jetzt können wir das wieder mitnehmen. Aber können wir ja nicht. Hm. Ich habe das Gefühl, irgendwas Elementares habe ich vergessen. Ist hier noch was im Mantel? Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Hier noch was versteckt. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Okay. Wir müssen ja nochmal jeden Raum irgendwie absuchen, dass wir da nix vergessen haben. So. Das haben wir hier schon reingemacht. Genau. Kram. Haken haben wir uns schon, glaube ich, mal genommen gehabt. Toni will dich nicht reden. Kupons, Stange. Das. Auch nicht. Zum Dorfzentrum. Achso, das ist hier das Dorfzentrum hier. Notrufsäule. Gehen wir nochmal zu Wenzels Haus. Nochmal nach oben. Kaminofen. Das hat es jetzt gebracht, ne? Ja. Das war es nicht. Hier unten haben wir hier noch irgendwas. Nix. Außer die Quelle. Und damit wir da nix zu tun haben. Hahn des Wassertanks. Gehen wir mal hier rein. Mit ihm reden. Ne, brauchen wir eigentlich nicht. Das haben wir ja schon gemacht. Hier ist auch nix. Was ist denn eigentlich mit den Papageien? Mit dem süßen Papagei. Netter Papagei. Ja. Wir benutzen ihn. Und was macht ihr, wenn das... Ein neun Papage... Verstehe. Hm. Können wir den pieksen. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Hier können wir den einschläfern vielleicht. Schade. Er hält den Schnabel fest verschlossen. Ein Wunder, dass er so atmen kann. Hm. Können wir den hier, wenn er atmen kann? Ach, das ist ja nett. So nutzt er mir nichts mehr. Danke. Oh, süß. Er redet im Schlaf. Raaah. Raaah. Wofür wir den jetzt gebrauchen können, weiß ich auch nicht immer. Äh. Ist er irgendwo, muss da die Klappe gut sein. Da ist ein Loch in der Plattform. Kann man Wasser suchen? Ah, das haben wir das letzte Mal schon versucht. Äh, hier. Ne, das wollen wir nicht wegmachen. Narkotikum. Achso, das müssen wir noch da drüben vielleicht bei Toni noch in die Mühle mit reinmachen, denke ich mal. Handschellen. Hier, mit dir selbst. Hm. Hier. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Damit. Damit. Gut. Tschüss. Ah, komm. Gehen wir wieder hoch. Mit dem Baum vielleicht. Da besteht keine Fluchtgefahr. Hier mit. Ich bin ein bisschen ratlos gerade. Oh. Hallo? Hm? Was hat er denn da gemacht? Da ist ein Loch in der Plattform. Ach, das ist die Plattform hier. Ach, die da hin und... Ach, Gott. Ja, gut. Okay. Äh, das habe ich nicht so ganz gesehen. Das habe ich auch nur durch Zufall jetzt gemacht. Jetzt bleibt die offen. Das ist ja geil. Gehen wir hier noch was? Ach, Gas. Haben wir genug. Nochmal Hebel. Ach, guck mal. Können wir da jetzt rein? Also, von unten. Äh, mal schnell zum Stier. Dachchen. Und raus. Und hier. Ah. Sehr geil. Ich bin gefangen. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Tja. Da. Es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Yeah. Das ist ja cool. Haben wir noch was da drin? Zellen geht an die... Guck mal, jetzt... Ähm... Jetzt haben wir Dietrich. Vielleicht kriegen wir da jetzt das Dings auf. Also, den... Wieso sage ich da immer Dings dazu, ne? Äh, den... Hier. Da, den... Den Kasten für... Genau. Für den Arztschrank. Ich sage doch immer, er braucht ein Werkzeug dafür. Ja. Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Geil. Da kann man doch bestimmt den... Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Was ist denn das? Adrenalin, oder was? Ich frage mich, wie das bisher... Jetzt haben wir auf jeden Fall, äh, wieder was Neues für unser Rezept. Oder? Ja, auf Putschmittel sehr gut. Belebende Flüssigkeit, das ist, denke ich mal, von dem Dingens, von dem Stier. Und dann brauchen wir nur noch irgendwie eine Methode, um das klare Wasser... Ähm... ...an das klare Wasser ranzukommen. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Äh, hier... Ach nee, können wir hier nicht gleich zum Stier? Hör mal, hier, komm. Feuerwehr. Zack. Äh, und runter. Und kurz mal ein bisschen ab, wenn wir die Animationen... So. Komm, Spritze. Komm, piekst mal in den Po, den kleinen Stier. Den Arm. Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Ha, Kinderspiel. Mach mal, das will ich mal sehen. Oh Gott, der rettet den auch noch. Tschu. Das hat Spaß gemacht. Stierblut? Check. Viel Zufall hat uns jetzt geholfen. Auf jeden Fall. Und ähm... Wie kriege ich denn dieses blöde, klare Wasser? Haben wir hier noch irgendwas? Naja. Dieses klare Wasser. Hm. Wo komme ich denn das her? Na gut, wir liefern hier erstmal... Äh, wo ist ein... Wo war denn... Ach da, in der Gasse... ...ist die Kneipe... Ups, ist da wieder eine Tasse? Haben wir die ja... Ich dachte, die hätten wir mal mitgenommen. Oder haben wir sie wieder hingestellt? Ist ja komisch. Wasser ist noch leer. Mit Betonung auf noch. Ach so. Lonzo muss sehr lange auf... Hätte er nicht mal... Kann man anscheinend nicht mitnehmen. Hier kann man das da in den Tank reinmachen schon mal. Eine energiereiche Flüssigkeit. Bevor es in den Tank darf, muss es allerdings noch fertig gemischt werden. Nicht. Ach so, in der Mühle? Bei Toni? Nee, oder? Na, gucken wir mal. Das Aufputschmittel können wir hier auf jeden Fall reinmachen. Aufputschmittel. So. Hier ein Narkotikum. Das ist auch so schon langweilig. Das war für was anderes. Hier, das hier. Kommt das da rein? Ach so. Okay. Kann ich jetzt kurbeln? Habe ich hier eigentlich alles drin? Ich nenne die Mischung... Profus schonungslos. Der Jungfrauenkiller. Oder... Retter? Nein, Killer klingt cooler. Okay, gucken mal gucken. Ah, super. Und? Oh, böses Pulver. Ich nenne die Mischung der Jungfrau... Oder... Nein, Killer. Super. Jetzt haben wir unser Kaffeepulver. Und jetzt kann... Laut Rezept kommen Pulver und Wasser getrennt in die Maschine. Ja, ja. Na gut, okay. Mit einer Mühle kann man auch schlecht Wasser mischen, ne? Kann man eigentlich den Papagei hier draufstellen? Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Schon wieder ein toter Vogel? Nein. Er ist nicht tot. Er schläft nur. Das hast du von der Taube neulich auch behauptet. Das nennt man Kälteschlaf. Es war ein Zeitreise-Experiment. In meinem Kühlschrank? Wo sonst wäre es kalt genug? In deinem Herzen ist ja nicht viel Platz. Keine... Toten... Tieren... Tiere... Mehr. Schon gut, dann wecke ich ihn halt. Tu das. Aber woanders. Hm. Hier mit vielleicht? Hm. Trotz des Stierbluts wacht er nicht auf. Falsche Blutgruppe. Äh... Hier mit vielleicht? Ich quäle keine Team und im Ge... Schade. Hm. Hier mit? Mit dem Wachmacher bekomme ich ihn bestimmt wieder auf die Beine. Oh, das scheint nicht funktioniert. Äh... Ne, quälen wollte man ihn ja nicht. Äh... Trichter... Weißt du mal, wo mische ich denn das Ding jetzt eigentlich? Gewichte... Was man halt so braucht. Können wir jetzt so einen Coupon nehmen? Wie war das gleich mit diesem Coupon? Das sind Geschenke. Man gibt sie bei der Post ab und... Und? Du bekommst sie... Tolle Geschenke. Sehr doof. Gut, aber wir haben jetzt schon mal das Pulver. Das können wir auf jeden Fall, äh... Hier schon mal einfüllen. Oh... So. Ach ne. Quatsch. Das Pulver kommt... Ja. Das kommt auch da rein. Das Pulver hab ich schon. Zack. Gut. Das Pulver haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch die Getränke. Da äh... Das hier... Das Wasser haben wir. Dann haben wir das Blut haben wir. Dann fehlt uns nur noch... Ähm... Hier angucken. Fehlt uns nur noch klares Wasser. Ja, wie wir das bekommen, weiß ich noch nicht so genau. Aber wir werden es herausfinden. Oder ich werde es herausfinden. Aber erst in der nächsten Folge. Äh... Ja, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Floma. Tschüss. 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 Tschüss.